ja heute meldet sich wieder mal der preußensonder ich habe jetzt ein paar stunden bin ich mal so ein bisschen meine funde durchgegangen und habe ordentlich gesäubert ich sonne jetzt so seit knapp zwei jahren also ein und ein dreiviertel jahr ungefähr und ja das kennen sicherlich von euch auch einige dass man am anfang also da war nur nur sonnen wichtig ich bin nach hause gekommen habe mein krempel ausgepackt ja nicht groß sauber gemacht und bin quasi am nächsten dach wieder los und so ist das jetzt immer noch viele fund sachen von mir immer noch nicht gesäubert sind und da habe ich heute mal richtig zugeschlagen also geht jetzt hier hauptsächlich um schmuck und bleifiguren und ja sowas halt also jetzt ist ja mal fakt die also so den 20 jahren glaube ich ja da kamen so diese straß steine so auf ja und das sind alles so das sind alles funde denke ich die so aus den also wenigstens 20 jahren sind vielleicht sind sie aus der 30 jahr 40 jahr mein gott wer weiß so ja aus der 50 jahr ist man halt nicht da stand irgendwann belegt mir ein hat jetzt natürlich nicht so wichtig ist mit tschech mit tschechoslow schlecht tschechoslowake genau ja wenn man sowas findet das ist immer sehr interessant weil das fundstück an sich ist ja dann meistens mit erde bedeckt also das metall und dann glitzern immer nur ab und zu mal so die steine dann durch den dreck so durch deswegen kommt sowas immer ziemlich cool das hier ja da sind im übrigen die die klamotten sind vollkommen zerkratzt deswegen blinkt und blinkt hier überhaupt nichts das könnte im übrigen ist auch verbogen wie ich sehe ansonsten hätte ich gesagt man schettenknopf aber das glaube ich dann eher doch nicht weil hier fehlt nämlich das gegenstück deswegen wurde das wahrscheinlich verloren und das wurde vielleicht durch eine mütze gezogen oder was also das wurde so durchgesteckt dann hier das gegenstück rauf und dann war das befestigt ja und das hier naja das ist natürlich jetzt auch überhaupt nicht besondere ist klar ist denn jetzt hier eigentlich los ich glaube ich muss mal muss ich glaube ich mal kalt mal ganz kurz an geht jetzt nicht ich wollte ich wollte das licht ausmachen so jetzt weg mal versuchen nicht ganz so nervös zu sein ja das ding zum beispiel habe ich heute auch sauber gemacht und ich habe bisher jahre gewusst dass zwischen den großen steinen auch jeweils noch zwei kleine sind also das wusste ich wirklich nicht das blinkert und das ist auf jeden fall richtig alt und was an dem teil cool ist das funktioniert noch jetzt nicht erschrecken also das funktioniert noch voll ja und das ist mit sicherheit auch ziemlich alt also da bin ich mir ganz sicher weil so verkeimt und verdreckt auch so richtig fester dreck wie das war da muss das schon ein paar jahrzehnte in der erde gehangen haben und auch wenn das jetzt so unglaublich rum blinkt ist das metall zwischen den steinen aber immer noch nicht sauber das geht ja nicht so ohne weiteres ich denke mal das muss ich irgendwie mal einweichen oh gott ich werde bestimmt gleich niesen das merke ich oh gott ja dann habe ich hier so eine art schnalle gefunden natürlich auch ohne ende steine worauf eben auch viele schon raus sind oh gott jetzt ist gerade wieder einer rausgefallen scheiße wo waren die jetzt ist muss jetzt egal sein ja dann der gleiche hier als ohrring das ist aber auch totaler tinnef also das ist wirklich überhaupt nichts also nicht mal im ansatz irgendwie was wertvolles das hier das habe ich bei oranienburg gefunden tja das weiß ich nicht also das ist auf jeden fall auch irgendwie eine schnalle tja nütze hier schnalle sage ich jetzt einfach mal hier haben wir noch so ein teil gefunden hier ist eben einfach nur sehr schade dass der hauptstein in der mitte fehlt und hier unten habe ich jetzt gesehen es fehlt auch einer was ist denn mit meinem handy heute los ja ja ein herz gut ja das ding das war glaube ich so ziemlich mein allererstes schmuckstück ich denke das wird ihn sein klar war das ist hier so so ein lila das glas und das scheint irgendwie so aus kupfer zu sein also irgendwie spinnt so ein bisschen mein handy na ist egal ja das ist garantiert ein schmuckstück klar was soll jetzt sonst sein das ist ja jetzt los so über das ding habe ich mich an sich auch gefreut das ist ein ohrclip ähm jakobsmuschel ja fand ich ganz süß also wird irgendwie wahrscheinlich ist das ähm ja das sehe ich natürlich schon wieder weil hinten diese typischen löcher ja ähm auf dem teil sind und das zeigt mir ja schon wieder an dass das auf jeden Fall Aluminium ist ne diese ausgefressene ganz typisch eine Aluminiumlegierung 100%ig so naja und dann haben wir hier noch ähm auch ein Billion Ohrring und das gleiche auch mit das sind die ganzen Billion Ringe die ich gefunden habe hier hehehe ein Playboy Hase ja mit einem Auge das andere hat er nämlich nicht mehr also immer schön nach links gucken ja hier so komischen Fuß I love you I love you I love you too ja das Ding ähm finde ich auch interessant das habe ich ähm im Westen drüben also in wo war das da? das war auch Richtung Wannsee auf jeden Fall ähm und da bin ich auch auf dem Gebiet äh 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 wo ein ziemlich altes Barockschloss ähm ähm stand ähm 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 also das wirkte wie leergefegt und ich denke mal das werden die sicherlich auch schon mal da abgesucht haben die Ämter sicherlich auch klar aber da habe ich eben diesen Deckel gefunden und ähm Koffi ihr könnt das sehen also das ist garantiert Silber ähm ne Punze finde ich nicht aber das ist halt Silber ne weil ich ja auch weiß wie das Ding aussah man sieht es ja immer noch der der war schwarz angelaufen und lässt sich auch ja nicht so einfach polieren aber wenn man halt ordentlich loslegt geht's halt so naja und jetzt sind alles hier noch diese ähm komischen ähm billigringe ja hier dachte ich erst dass das ähm dass das ein Ehering ist also die Form hat er auf jeden Fall aber also meine Kamera die macht mich hier heute wütend ich weiß ja nicht was hier los ist das ging schon besser na sag mal da steht doch ja nicht drin ne da steht nicht drin so das ähm das ist jetzt so ein bisschen mein mein echter Krempel ein paar Sachen hatte ich schon mal vorgestellt ne das ist das habe ich hier an meinem See gefunden ähm was das genau ist kann ich eben auch ja nicht sagen ich nehme an also erstmal weiß ich ohne dass da ein Stempel drauf ist dass wenigstens das gelbe Gold das ist Gold das merkst du wenn du das in der Hand hältst ja das ist ja wirklich was ganz klein aber sowas merkt man einfach finde ich ja dann war hier mal noch eine Art Perle drauf die hätte ich leider verloren die ist mir auf den Teppich gefallen dann war ich weg tja und dann wurde hier halt gesaugt ne nun wusste ich auch nicht genau ob das nun aufgesaugt wurde und ich wollte da jetzt und ich nehme Sauer da nur rumwühlen so das ist auch ein äh ein kleiner goldener äh mein Gott entschuldigt mit der Nase ist auch nicht so schön ähm ein kleiner goldener Ohrring ähm ja das Ding ist halt eben auch wirklich hübsch ist aber eben ist es nicht Gold ja ich habe wirklich genauestens abgesucht es ist kein Gold auch wenn das irgendwie ziemlich cool aussieht tja da mein blinke blinke Knopf der aber hier der ist auch krass finde ich ne erzähle ich gleich ja auf das Ding stehe ich ja wirklich das Ding finde ich gut hatte ich schon mal erzählt ähm habe ich auch im Wald gefunden und das wirklich aus ganz miesen üblen Dreck raus geholt und auf eh mal blinkte das Ding gleich so los wie er es hier auch macht ist ein Bergkristall ist wenn also wenn das ein Manschettenknopf ist wäre und ich hätte jetzt den zweiten noch ja also das Set wäre vollständig hat mir so eine Art Antiquitätenhändler gesagt wäre das Ding so zwischen 50 und 80 Euro wert ein Knopf ja er meinte doch das könnte aber auch wirklich ein Knopf von irgendeiner besonderen Jacke gewesen sein aber wie gesagt das ist schon was und man sieht auch wie ähm das Ding gefasst ist dass das kein absoluter Billigkram ist ja war halt kein Brillant so wie ich hoffte naja gut ähm und diese hübsche Blümchen das ist ein ganz schöner Blender muss ich sagen ja als ich das sauber gemacht habe ich hab auch ja nie gewusst dass da so viele Steine sind und die blinkern also meine Fresse ne da war ich auch irgendwie erst mir so ein bisschen unsicher aber ihr seht ja schon schon ist das eine Blatt weg also das ist Tinef letzten Endes äh war muss aber auch sehr alt sein und ich muss schon sagen dafür also das ist ja dann alter Mode Schmuck und äh das haben sie nicht schlecht gemacht das sieht schon cool aus wenn das Ding sauber ist so eine so eine Plaste und eben kein da seht ihr das ja Plaste und eben keine Perle oder so ja was was man ja gehofft hat so das mach ich dann so das ist ein Silberring ja den ich reparieren wollte weil der so verbogen war und äh ja das ist bei rausgekommen hm 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 ich kann das nicht leihen wenn ich eher so Objekte sehe Ringe und so ja und die sind dann so ähm die sind dann so extrem verbogen ich ich weiß nicht ich will das dann immer nicht so lassen aber andererseits es sind jetzt keine adäquate Alternative wenn das Ding so äh zerstört ist ja so eine Silbersonne dann auch noch so ein ganz kleiner Silberanhänger ist Silber ähm mit einem kleinen blauen Stein das wird ein Ohrring gewesen sein denke ich mal aber ist denn hier eigentlich eine Punze drauf aber das ist auch real es ist Silber man irgendwann weiß man das ja ne das ist jetzt auch nicht ist auch vielleicht wurscht so das ist mein Silbermanschettenknopf den ich äh vor zwei, drei Tagen gefunden hatte 800er Silber ähm ähm der Silberpreis also bei ähm der Silberpreis liegt momentan beim Gramm ähm wie war das denn da beim Gramm ähm wie war das 50 Pfennig 50 Pfennig und dadurch dass das jetzt hier 800er ist so hatten sie das irgendwie ausjährig also irgendwie ist äh bei 800er ähm das Gramm 40 Pfennig wert ja und wie viel werden das sein 3 Gramm also sind das mal satte 1,20 Euro ja das ähm das ähm das bemerke ich auch immer dass viele Sonnenler immer ich meine klar ist blödsinn ich freue mich auch wenn ich einen Silberring finde aber genau genommen sind die ja nicht wert ne ich meine wenn die dann aber so cool aussehen so wie der hier ja dann ist das schon schicki das ist auch ein schicker ja naja wie gesagt das hatte ich alles schon mal gezeigt das ist ähm so ein schicker Anhänger aus Silber ja ist hinten so eine Punze drauf ähm ja schicke Teil so ein bisschen Zeit habe ich noch so das Ding ist auch Silber das war so mit mein aller allererster Schmuckfund also das Ding halt wirklich fast am Anfang gefunden hier ist die Punze im Übrigen kann man ganz schlecht erkennen ne 25 sieht man noch also das wird neun 25er sein Fakt ist das Ding halt nicht ersondert das habe ich auf dem Weg in den Wald auf der Straße gefunden und da sind weiß ich nicht mindestens siebeneinhalb Autos rüber gerammelt ja das habe ich schon wieder so leicht nachgebogen aber das knirscht dem auch schon wieder also lasse ich das so so ich muss jetzt erstmal ausmachen und dann geht das gleich weiter